Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, oh wow wow, hier ist wieder euer Drixi, diesmal aber im neuen Jahr 2017, also an alle Zuschauer ein herzliches, frohes, neues, wie ihr hier da so schön sagt und pflegt. Okay, ich freue mich schon wieder neue Let's Plays aufzunehmen, ich habe auch schon einiges in der Produktion. So, dann fangen wir mal an mit Season 3, 17 auf hier 90 Punkte, vielleicht schaffen wir ja die goldene Runde. Noch 20 Sekunden, liebe Leute, dann geht's los. Soll ich lieber aufs Zeniatte gehen? So, na gucken wir mal. Gut, go, go, go! So kriegst du immer was ab, weil du auf die Fresse bekommst du mit sich als erstes. Rein halt auch. Auch mit dir. Aber. Gut, 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 rein, einfach rein, einfach rein. So. Ach, Scheibengleis, ich habe gedacht, der hätte sein Schild wieder hoch gemacht. Au, 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 au. Naja, egal. Nächster Versuch. Genji. Okay, Genji, auch nicht schlecht. Okay, du bist ziemlich um Osch. Rein mit dir. Boah. Huh. Okay, komm, 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 komm. Einfach mal draufholzen. Okay, wo ist es, wo ist es? Ah, verdammt, habe mich getroffen. Nein, du stoffst mir nicht weg. Oh Mann, oh Mann, Leute. Das ist kein Rein, hat nichts da. Warum möchte ich mich reinpushen? Danke. Wow, wow, wow. Hinter mir. Okay, drauf, 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 drauf. Nein! Einfach drauf, Leute. Oh Gott, jetzt hat er noch das. Nicht gut. Okay, 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 okay. Können wir packen, aber. Wir haben alle ihre Ultis rausgeballert. Okay, okay, komm, einfach drauf, einfach drauf. So, schnell vorbei. Sehr schön. So, warten wir auf die Jungs. Okay. So, aua. Okay, sehr schön. Nein, 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 nein. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Okay, okay, okay. Okay, okay. Sehr schön. Und go. Komm, rein, einfach drauf, rein, einfach drauf, rein, einfach drauf, kommt rein, Jungs. Ach, du Mistvieh. Egal. Jetzt kann ich mich umwechseln auf Mercy. Die brauchen wir nämlich. So. Komm, Jungs, das packt ihr. Schnell durch, hopp, hopp, hopp. Fly to the hell. Sehr schön, Jungs. Go, 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 go. Können wir packen. Weiter, 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 weiter. Sehr schön. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Einfach hoch mit dir. Du auch. Nein. Ich steppe. Ja, ja, wunderschön, Diva. Sehr schön. Gut, komm. Auf, hopp, 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 hopp. Ich halte dich schon. Keine Sorge. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Und dich ebenfalls. So. Lass dir gefallen, Diva. Okay, wie ist die denn runtergefallen gerade? Würde mich jetzt mal interessieren. Naja, egal. Packen mal. Wo bist du denn? Ja, toll. Wie soll ich dich in Heim, wenn du so eine halbe Kilometer von mir entfänden bist? Ah, sehr schön, Reinhardt. Schönes Schild. Gefällt mir. Nein, du stehst mir nicht weg jetzt. So, hoch mit dir. Okay, komm, 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 einfach drauf, 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 drauf. Yes. Sehr schön. Braucht jemand noch mehr Heilung als du? Okay, komm, komm, komm. Oh, da oben. Ne, 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 ne. Aua, 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 aua. Ich muss weg, ich muss weg. Uh. Gut. Sehr schön. Nein, 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 nicht sterben wir. Nix da, Jungs und Mädels. Und wieder hoch mit dir. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Sehr schön. Besser gestorben. Wieder Farrah. Tut mir ein bisschen leid, die Farrah. Wollte ich machen. Okay. Schnell hochheilen wieder. So, wunderbar, wunderbar. Komm, 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 komm. Sehr schön. Jetzt ist noch Farrah hoch, bevor sie mir noch böse wird. Aua. Uh. Gut. Mal hoch mit dir. Oh, mehr ging nicht. Na du. Dicker. Was machst du denn hier? Ja, genau. Hau mir noch die Ulti vor der Nase. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich wechsle auf... Lucio. Ja, glaube ich, sinnvoller. So. Was packen wir, Jungs. Sehr schön, sehr schön. Sehen nur Tote vom Gegner. So gefällt mir das. Was machst du denn hier unter uns? Was bist du für einer? Hammer hat. Danke. So, ham. Weiter, go, go, go. Lass mich in Ruhe, du blödes, fettes Vieh. So. Weg mit dir. Gut. Tschüss. Tschüss. Na, 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 na. Weg noch? Nein, kein Weg noch. Gut. Was machst du denn hier? So. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Lalalala. Falafalafalari. Komm. Go, go, Jungs. Können wir so weit, so schwer sein, da drüber zu schieben hier. Push, das Ding. Gut, gut. Ich muss zum Reinhardt. Ah, zu spät. Okay. So, komm raus damit. Jetzt ein bisschen überleben, Jungs. Puh. Oh, na, kann ich's machen. Verrat, tut mir leid. Oh, schnell, röpp, nach hinten. Hop, 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 hop. Sehr schön. Auf den da drauf. Wunderbar. Ne, 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 ne. Hast du mich nicht. Oh, schnell zurück, zurück, zurück. Anna. Gut. Gut, 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 gut. Und weiter geht's. Pushen, pushen, pushen. Oh, oh, alle rückwärts Gang einlegen. Boah, scheinengleistert mich noch nicht. Egal, komm, Jungs. Pusht. Haut nicht um, haut so um, haut so um. Zack, zack, zack. Schön, Farrah. Go, go, go. Weiter. Hat ein Solcher erledigt. Das ist schon mal sehr gut. Reaper erledigt. Oh, Backe, nicht gut. Sammeln. Okay, rein da, rein da. Wir haben noch 10 Sekunden. Wir müssen, wir müssen. Boah. Na. Oh, Mann. Fail. Aber epic fail gerade von mir. Oh, schade. Komm, Jungs. Können's noch packen. Okay, pack ich dich mal. I can do it. Na gut, 54 Meter kann dir mal viel dazwischen kommen, also. Das sollte passen. Hm, die bräuchte ich noch einen Second Tank. Okay, den haben wir schon mal. Jetzt bräuchte ich mir nur Farrah oder... Okay. Hm. Okay, das passt besser ein bisschen. Dann kann er mich kontern mit Lucio. Okay, bin ich mal gespannt, wie wir uns hier schlagen. Das musste sein. Dein Schutzengel. Hey, Leute. Kommt mal ein bisschen zurück. Hallo. Einert? Komm mal ein bisschen zurück, Lungs. Wir haben Zeit. Alle zurück. Go, go, go. Aua. Ich ahnt hab nichts gegen Farrah. Nicht gut, nicht gut. Überhaupt nicht gut. So. Erster ist down. Wer auch immer. Habt ihr das nicht geguckt? Nein. Ich krieg schon mal Hochregen. Tut mir leid. Brauche ich noch was gegen Farrah. Die Farrah ist böse. Okay. Gut zu wissen. So. Okay. Reinert. Aufpassen. Kein Ding. Kein Ding. So. Hoch mit dir. So. Wunderbar. Wunderbar. Okay. So. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Ganz ruhig. Hoch mit dir. Okay. Ah, verdammt. Sie ist down. Okay. Warten wir noch ein bisschen. Ah, lohnt sich nicht. Okay. Lohnt sich nicht zu retten. Die können ja durch den Teleporter gehen. Oh, sehr schön. Noch zwei Minuten, Leute. Können wir packen. Können wir packen. Nein. Nein. Oh. Oh. Zack. Hoch mit euch. Hahaha. Nein. 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 Wo ist sie? Komm her. Oh. Komm her. Zwerg. Du stehst mir nicht weg. Kann kommen, was du will. Sehr. Was geht da ab? Hier geht der Punk ab. Komm. Okay. Wunderbar. Wunderbar. Go, go, go. Sehr schön. Was ist schon wieder gestorben, wenn du das Teleporter tust? Die Hammer hat. Was macht die denn? Oh. Ja, ja. Ist gut. Nein. Habe ich mir geschafft. Ich kann nicht retten. Okay. Nein. McCree. Hahaha. Mist. Ah, das ist ein Teleporter offline. Okay, da sind wir alle da. Bis auf mich. Puh. Man kann es schaffen. Nach einer Minute. Und die Jungs Bescheid wissen. So. Okay, komm. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Sehr schön. Hat der umgeboxt. Hammer. Hat das Reinhard alles gemacht oder was? Boah. Sieht aber richtig böse aus auf jeden Fall gerade. So richtig Halligalli. So. Ich kann auf jeden Fall retten. Gut. Er auch. Er hat auch gleich Ulti. Sehr schön. Okay, hab ich dich endlich. Du Zappel, Philipp. Ob das sinnvoll war. Ich finde, das war nicht sinnvoll. Er hätte warten sollen, bis Pharah ultet oder wer auch immer. Okay. Sehr schön. Reinhard ist down. Okay. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Das können wir packen. Ich finde immer viel. Zehn Sekunden. Na, egal. Einer down. Teleport ist auch da. Komm hoch mit dir. Sehr schön. Wunderbar. GG. Haha. Zwei zu null. Oh, Mama. Sieg. Vielleicht kommen wir jetzt zu Gold. Aber ich glaube noch nicht. Ich glaube, da fehlen mir noch ein paar Pünktchen. Schön, dass sie Highlight ist. Nicht ich. Bin ich bevordrung. Wer war das denn jetzt hier? Oh. Böse Falle für die. Ha, 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 ha. Kloppe. Joa, hat doch wunderbar funktioniert, würde ich mal sagen. So. Match verlassen tu ich nicht. Ich möchte gerne wissen, wie viele Punkte mir noch fehlt. Bis zum nächsten. zwölf minuten match war das gerade mal süß erster sieg des tages ist auch meine erste runde übrigens mein rechner habe ich auch abgegradet hat jetzt doppelt so viel ram und eine ssd auch oh mann oh mann oh mann oh mann oh mann aaaaaah shit da fehlt mir noch viel naja leute wenn es euch gefallen hat lasst mir doch einen kommentar da oder ein abo oder ein like oder was auch noch cool wäre wenn ihr mir mal bescheid geben würde was ihr gerne mal sehen wird wollt weil ich bin zurzeit am sammeln habe auch schon ein paar projekte im start am start aber vielleicht habt ihr noch eine bessere idee also leute bis dann euer trixie tschau tschau